Welcome back! So, jetzt sind wir wieder am Spiel. Warte mal, kann ich... Ich brauche einen Kraut, also ganz ehrlich, das ist... Natürlich für mich. Wir vergrüßen unser Leben natürlich auch noch gleich. Können wir bei dir jetzt noch was kaufen? Bitte annehmen, bitte an Energie. Bitte, 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 bitte. Nein, geht nicht. Nur wenn man eins besitzt, geht's nicht. Toll. So, egal. Wir werden jetzt erstmal durchstarten. Wir brauchen erstmal die Karte. Wo lang müssen wir denn hin? Da oben ist ein Händler. Und wo ist der nächste Speichelpunkt? Da oben. Okay. Okay. Oh Gott, ich hasse diese Welt-Map oder was auch immer. Oh, ich piss mich jetzt schon in die Hosen, ey. Okay. Piss mich in den Sohs. Piss mich in die Sohse, genau. Piss mich in die Sohs. So. Sorry, Leute, ich bin ein bisschen nur... Ja, wie soll ich sagen? Nervös. Ungepisst. Ja, wegen der Szene hier. Follow me. Wait. So, einer. Zwei. Okay. Irgendwie noch einen von hier aus. Nee, ne? Weil jetzt wird's lustig, weil hier jetzt so eine Art Katapulte sind. Follow me. Wait. Shit! So, einer ist gelöscht. Follow me. Folg mir! Hier, mit Geld. Geld, Geld, Geld. Geld, geil, Geld, geil. Oh, Kristall. Hm. Bring. Und? Ne Vollgranate. Sorry. Sortieren. Sortieren ist das größte Muss. Wir prüfen so. Hm, damit könnten wir das Tor leicht beschädigen. Irgendwo muss ein Mechanismus zum Hochziehen dieses Ding geben. Ein Knopf. Zufälligerweise. Ein Knopf. Nein. Gehen wir einfach mal weiter. Wow. Einmal. Das Ding rührt sich nicht. Es ist wahrscheinlich von der anderen Seite verschlossen. Zum Zerstören dieses Tors wird viel Feuerkraft benötigt. Ja, wir haben ja schon die Lösung. Also haben wir keine andere Wahl, als hier lang hinzugehen. Alter. Und sie ist tot. Scheiße. Eins, das ist gescheitert. Wem interessiert's? Nochmal. Vielleicht sollte ich sie da stehen lassen, einfach mal in dem Moment. Ja, wir wissen's. Warte. Hä? Ich glaube, da kommt die her. Ja. 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 Genau, man läuft, man rennt hierher und natürlich muss man stylisch vor mir entlanglaufen, so als dass ich weiß, er hat die neueste Kutte, star mich an. Nee, ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Heutzutage in Zombies sind heute nicht mehr das wahre, wie früher. So, warte hier. Ja, hab's kapiert. Ja, lass mich doch mal in Ruhe. So, einer. Schuhe mal nieder. Wait. Bauerne. Folg mir einfach. Nehmen wir jetzt mal hier rein. Ja, wir wissen, dass hier die Feuerkraft ist. Gucken's erstmal rum. Und ne Brennganate. Natürlich müssen wir das sortieren, wie ich schon gesagt habe. Hm, bin nur am Überlegen. Wie gesagt, wir lassen sie einfach da oben in dem Moment da stehen. Dann haben wir jetzt mal unsere Ruhe. Wait. So. Genau, über einer. Über mir ist nur einer. Wenden wir erstmal durch. Wenden wir erstmal durch. Was haben wir denn da? Alte Goldring. Ganz ehrlich, wo kommt denn noch die letzten Schüsse her? Nach drüben, oder? Wann nicht hier noch stimmen? Ein gelbes Graut. Super. Scheiße. Das klingt mir nichts. Koffie passiert jetzt nichts. Verdammt. Koffie passiert jetzt. Koffie passiert jetzt. Koffie. Halt die Klappe! Ich hab genug Stress mit euch. So. Wir haben ein bisschen Leben. Schätzchen, du bleibst erstmal hier drinnen. Warte. Ich kann dich erstmal gerade nicht gebrauchen. Ich seh dich. So. Das müsste erstmal aus mit dem Theater sein. Mann, Mann, Mann. So, dass sie erstmal zu mir kommen. Das wird mir dann sonst echt zu doof. Ich bin zu gefährlich. So, und jetzt... Oh, komm schon, 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 ich drück wie blöder. Ja, genau, ich steh jetzt. Oh, schau mich nur zu. Und Feuer! Das war leise und diskret. Drücke E. Und dann... Brauch ich nicht mehr. Na, dann eben nicht. Und echt, ich steh jetzt mir nur im Weg. Mann, Mann, Mann. Warte. Dann haben wir wieder einen Händler. Beide mich. So, wir gucken mal, ganz ehrlich, mal auf die Karte. So, dann sind wir in so, in so einem Ort. Dann geht es hier nach links. Und dann hier weiter höher. Okay. Das wird interessant. Machen wir wenigstens bis zum Speicherpunkt noch weiter. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ist das alles, Stranger? Haben wir mit Gold greifen? Mit wunderschönen Verziehungen. Ist das alles? Ja. Davon haben wir zwei. So, was können wir uns sorgen? Sollen wir uns eine Schatzkarte holen? Ich finde es ein bisschen Geldverschwenderei, weil es so teuer ist. Und ganz ehrlich, ich brauche das nicht unbedingt. Die UC. Ich bin ehrlich. Ich bleibe bei den Waffen. Also, ich werde keine anderen Waffen nehmen. Ich habe es schon einmal so geschafft. Und wir werden es auch so auch wieder schaffen. Ja, ich weiß. Ein Kumpel wird mich jetzt schlagen und sagen, Alter, du bist doof. Ist mir scheißegal. Ich habe keinen Bock, tausendmal die Waffen zu wechseln und nochmal neu aufzutunen anzufangen. Interessiert mich nicht. Und weiter geht's. Oh. Wir haben uns entschieden, sich in einem Kastel befassen, aber es sieht, dass es ein schlechter Bewegung war. Was bedeutet? Es ist so, dass dieses Kastel auch mit den Los Illuminados verbunden ist. Es muss nicht mehr haben, dass es hier noch nicht mehr Besucher gibt, weil sie mir einen riesigen Willkommen geben. Das klingt schlecht. Ich habe eine Idee, Leon. Ich brauche, dass... Was? Wiederholen, Hunnigan. Craig, nur meine Glückwunsch. Wie geil. Ganz ehrlich, wie geil. Aber wie blöde ist, Mann. Es ist so klar. Eine Burg, Nähe von deren Dorf. Klar nehme ich es mit. Wieso denn nicht? Ich habe ja so viel Platz, ne? Warte. Matalo! Äh, sie war doch da unten gerade eben. Nein, wirklich. Au! Erleck mich doch! Schon wieder! Man kann dich nicht eine Minute mal einlassen, oder? Nicht eine Minute! Mann, 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 Mann. Ja, nehme ich mit. Ja, ich weiß. Oh, Mann, 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 Mann Links war keiner Ich kack gern, will ich ihn mir noch aufbehalten So Was, wo denn? Lade Mann Blöde Kuh, Selbstverteidigung Ja, bleib stehen Wie willst du mich verarschen? Jetzt komm her Alter, ich hab keinen Bock mehr auf dich Ach, Leute, wie viele denn noch? Oh, es ist ein Dauerschleife hier Wenn doch, dann ey, dann Dann seid ihr echt scheiße Sorry, ist aber so Nun, was kann der da nur wohl rein? Ein Schwert, ne? Ah, Mr. Rot, der ist Ach, guck mal, ihr Name Bleib stehen Langeweile War so klar Cool Wir sind an der Ecke, wo er nicht mehr weiterkommen kann Okay, wir verschwenden echt zu viel Munition hier in der Szene Zu viel Endlich Ruhe Endlich Ruhe So, und am Goldenen kommt da natürlich der Goldene War mir schon bewusst Mann, 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 Mann Wie weit müssen wir denn noch laufen bis zum Speicherpunkt? Hier sind wir Und dann in der Halle Okay Ich hoffe, die Halle wird nicht noch schlimmer Und schon pisst mich schon das Schloss an Aber so richtig Oh Leon Lewis Ich habe etwas für euch Was denn? Oh, Scheiße Ich muss sie verabschieden, wenn ich von ihnen rausgekommen habe Verabschieden? Verabschieden, was verabschiedet wird Deine Kompulsionen Schau, ich weiß, dass du deine Kompulsierer bist Du hast auf Blut gekämpft, nicht wahr? Ja Und du? Ja Scheiße Die Ecke haben gespürt Wir haben nicht viel Zeit Was bist du denn? Ich muss zurück und es holen Lass mich mit dir kommen Nein Du bleibst hier mit Leon Er ist besser mit den Frauen Ich bin sicher Aha Lauf mir eben mit Können durchs Tor Aber auch hier lang, oder? Oh Mann Ich habe keinen Bock Sorry Leute Ich habe echt keinen Bock Auf die Viecher hier Ich weiß gar nicht mal Was auf der Karte Auf der Seite hier ist Auf der linken Seite Bin mal gespannt Explodieren Eine Kiste Welchen Schatz Stirb, stirb Ein bisschen Geld Ein bisschen Munition Das schadet nicht Warte Fein an Ha? Das war's Hm Ich hoffe das war jetzt nicht umsonst Shit Meine Güte Warum können wir beim Händler Keine Munition kaufen Das wäre echt ratsam Was haben wir denn hier? Explodierende Kiste Kraut Kräuter sind nicht schlecht Oregano ist mir am liebsten So Kraut Was haben wir hier? Ein Kristall Und ein Schlüssel Okay Okay wir mussten so Mussten so oder so hierher Können wir durchlaufen? Ja können wir Supi Wir haben den Kassel Schlüssel Ja Und offen So Jetzt sind wir in einer Halle Irgendwie vom Schloss So Willkommenshalle Zurück Okay Da sind keine Kisten Wo ist Okay Der Sprechpunkt ist da vorne Lilliputana Oh Lilliputana Oh Lilliputana Okay Okay Never turning into one of them. Never. Got that right. We'll find a cure. Klar. Vertrau uns nur. Schön. Das Tor geht hier zu. Ach, Gott sei Dank, hier ist der Speicherpunkt. Gut. Bevor wir aber speichern. Bevor wir die Gegenstände später, wenn wir weiterspielen, vergessen. Schadiger Munition. Du bist mein Freund. So. Und noch ein Kristall. So. Und wieder mal sag ich so. Werden wir mal erstmal hier speichern. Wo speichere ich denn jetzt hin? Wo habe ich das letztlich später unten? Ja gut, speichern wir hier. Tap, 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 tap. Genau. So. Und hiermit sage ich, bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Konso und mit dem Beschissen im Schloss. Ciao. Und hiermit sage ich, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.